Willkommen im Hotel Bollmannsruh, dem idealen Ort für Tagungen im idyllischen Brandenburger Haveland. Direkt am Ufer des Beetsee bieten wir Ihnen eine ungestörte Atmosphäre, rund eine Autostunde von Potsdam und dem Berliner Zentrum. Bis zu 200 Teilnehmer begrüßen wir gerne im Hotel Bollmannsruh. Vom kleinen Snack während der Konferenz bis zum opulenten Buffet am Abend. Wir verwöhnen Sie gerne den ganzen Tag mit dem Besten, was Küche und Keller zu bieten haben. 70 ruhige Zimmer bieten Erholung für müde Gäste. Unsere vier Tagungsräume mit einer Fläche von über 200 Quadratmetern sind selbstverständlich mit moderner Tagungstechnologie ausgestattet. Gerne kümmern wir uns während der Veranstaltung um das leibliche Wohl der Teilnehmer. Und auch danach gibt es viele Möglichkeiten für ein geselliges Beisammensein. Egal ob stilvolles Abendessen für 160 Personen im Restaurantbereich oder Freiluftambiente mit 100 Leuten auf unserer Sommerterrasse am See. Das Hotel Bollmannsruh eignet sich auch für größere Feiern bestens. Als Rahmenprogramm kann Tagungsteilnehmern einiges geboten werden. Bogenschießen, Kanufahren oder einfach gemütliches Grillen am See. Das perfekte Umfeld für eine gelungene Tagung oder Veranstaltung. Hotel Bollmannsruh.